Hallo und herzlich willkommen auf EPIC. Ihr seht nicht viel, selbst mit Restlichtverstärker nicht? Dann braucht ihr einen IR-Aufheller. Zum Beispiel den von Laserlux, den LA850-50 Pro 2. Im Frühjahr 2020 gab es ein neues Waffengesetz. Das Waffengesetz ist geändert und zum größten Teil verschärft worden. Jedenfalls für den legalen Waffenbesitzer Ausnahme ist für die Jäger geschaffen worden. Nämlich zum einen können sie jetzt Schalldämpfer kaufen, so viel wie in ihren Tresor passt, ohne Voreintrag. Und sie dürfen Nachtsichttechnik für die Bejagung von Schwarzwild, also Wildschweinen, einsetzen. Und das Thermal, also Wärmebildgeräte oder Restlichtverstärker. Restlichtverstärker wie so etwas, das PVS14 hier zum Beispiel, ein Röhrengerät. Das darf ich jetzt vorne oder hinten ans ZF schnallen und damit auf die Schweinejagd gehen. Nach dem Waffengesetz jetzt erlaubt. Bundeseinheitlich ist das Waffengesetz, aber nicht das Jagdgesetz. Im Jagdgesetz gibt es da noch ein paar Schwierigkeiten bei einigen Ländern, die die Nachtjagd mit Restlichtverstärkern zum Beispiel nicht zulässt. Aber das ist unser Thema heute nicht, denn wir machen keine Rechtsberatung. Aber ich verlinke das Schreiben des BKA, das im Mitte des Jahres veröffentlicht wurde, verlinke ich unten in der Beschreibung. Da ist diese ganze Thematik Nachtsicht, Nachtzieltechnik erklärt. Natürlich in Juristendeutsch. Da könnt ihr das alles nochmal nachlesen. Was ich nicht machen darf, ist zusätzliches Licht einsetzen. Und da sind wir bei einem interessanten Thema. Denn Restlicht bedeutet, ich brauche einen Rest an Licht. Ob das jetzt das sichtbare Licht ist oder ob das Infrarotlicht ist, ist erstmal egal, denn diese Geräte können auch im infraroten Bereich sehen. Aber ich brauche zum Beispiel nachts an der Kirrung, wo es wirklich dunkel ist, brauche ich Restlicht. Damit komme ich dann unter Umständen nicht mit hin. Denn selbst das beste Nachtsichtgerät auf Restlichtverstärkerbasis kann kein Licht zaubern. Und dann kommt sowas ins Spiel. Der LA85050 Pro 2, langer Name, ganz kurz erklärt. 850 ist die Wellenlänge, in der er arbeitet. 850 Nanometer. Für den Menschen und für die meisten Tiere nicht sichtbar oder fast nicht sichtbar. Ich schalte ihn jetzt gerade mal ein und eventuell kann die Kamera so ein leichtes Rotglimmen vorne erkennen. Aber das, was man sieht, ist nur ein Bruchteil von dem, was dieser Strahler nachts rausgibt. Also das ist wirklich eine amtliche Leistung, nämlich 50 mW. Das ist das zweite 50 und das Pro 2 steht dafür, dass es die neue Version dafür ist. Und im Gegensatz zu einer Taschenlampe hat ein Laser einen sehr scharf abgegrenzten Lichtkegel. Das ist deswegen gut, weil ich kann einem ganz bestimmten Punkt ausleuchten und 20 cm nebendran ist kein Licht. Und auch hier ein farotes Licht ist. Das kann unter Umständen sehr wichtig sein. Also ich kann so sagen, auch an Sachen vorbeileuchten. Das ist mit einer Taschenlampe, selbst mit dem sehr gebündelten Strahl, nicht möglich. Von daher ist dieser Laser natürlich wesentlich effizienter als zum Beispiel eine Taschenlampe mit irgendeinem Infrarotaufsatz da drauf. Und warum Laserlux? Abgesehen von der Qualität der Optik und des Lasers, haben wir hier einen wirklich zugelassenen Laser. Also dieser Aufkleber ist nicht bloß der Zierde drauf, sondern der hat auch wirklich das Ganze verdient. Das ist ein geprüftes Gerät und was ganz besonders ist, der ist augensicher. Man darf nicht vergessen, dass diese Laser augenschädigen können, auch wenn wir das Licht nicht sehen können. Das ist bei diesen ganzen Produkten von Laserlux nicht der Fall. Das ist eine ganz wichtige Geschichte und unterscheidet sie auch von vielleicht günstigeren Produkten aus Fernost, die teilweise die 10- oder 20-fache Leistung haben, die wir aber für die Beobachtung gar nicht brauchen. Also 50 mW, das gibt es auch nochmal als 150 mW, die reichen vollkommen aus, um bis mehrere hundert Meter ein Ziel ausleuchten zu können. Eine weitere Besonderheit ist, dass ich den Abstrahlwinkel verändern kann. Also ich kann von 1,5 bis 15 Grad durch Drehen des hinteren Teiles des Gehäuses meinen Abstrahlwinkel verändern. Also ich kann so einen richtig kleinen Punkt machen, was mir aber normalerweise nicht viel bringt, weil ich will ja nicht bloß einen Punkt ausleuchten. Ich kann aber dadurch einfach ein bisschen auffächern und dadurch einfach ein etwas breiteres Feld ausleuchten. Das ist eine coole Geschichte. Es gibt den 850er nochmal als fix, dann hat er 7,2 Grad Ausleuchtung. Wir persönlich finden, dass diese variable Geschichte viel besser ist. Also wenn ich das mehr in Flutstellung bringe, dann wird das Licht auch etwas schwächer. Klar, weil es verteilt sich ja. Wie bei einer Taschenlampe ja auch, wenn ich das aufflute, dann verliere ich natürlich Lichtleistung. Also ich reguliere damit auch ein bisschen meine Leuchtintensität auf dem Ziel. Denn wenn etwas relativ nah ist, dann möchte ich es nicht mit voller Leistung auf dem kleinen Punkt ausleuchten. Betrieben wird der 850er mit einer CR123 Batterie. Es sind zwei im Lieferumfang enthalten und es gibt auch hier eine schöne Schutzkappe. Finde ich eine gute Geschichte, weil man steckt so ein Ding einfach mal in die Tasche. Da ist dann der Autoschlüssel oder was anderes. Munition zum Beispiel. Fliegt da drin rum und könnte dann hier vorne diese Linse beschädigen. Dafür gibt es diese Kappe. Auf der Rückseite haben wir unseren Schalter. Und da muss man natürlich ein bisschen aufpassen. Die Lampe hat keine kleine Diode, die einem anzeigt, dass das Gerät jetzt an ist. Klar, wenn ich durchs Nachtsichtgerät schaue, dann sehe ich, dass die Lampe an ist. Aber ich sehe jetzt ohne Nachtsichtgerät nicht einfach, ob es an ist. Ja, also jetzt ist sie an, jetzt ist sie aus. Wenn der Schalter auf der hohen Seite liegt, ist es ausgeschaltet. Jetzt ist es eingeschaltet. Wenn man sich das mal angeguckt hat, dann weiß man, welche Schalterstellung dann auch in Ordnung ist. Also wenn mein Finger den Schalter reindrücken kann, so reingelegt ist, dann ist sie ausgeschaltet. Es gibt aber auch Zubehör für den 850er, wie zum Beispiel den LA-Dimmer 01. Das ist nämlich genau das Teil, was hier vielleicht fehlen könnte. Ich zeige euch das mal. Wenn ich das hier hinten aufschraube, ist die Batterie nicht wie normalerweise mit dem Pluspol nach innen, sondern nach oben, also zur Kappe. Steht aber auch drauf, dass hier Plus hin muss. Dann haben wir hier so ein kleines Adapterröhrchen drin, damit die CA123 da gut reinpasst. Und dann habe ich hier diesen Dimmer. Und hier ist es genau umgekehrt. Hier wird die Batterie mit dem Pluspol nach unten eingesetzt. Man kann sich ganz einfach merken, da wo diese Feder ist, da muss immer der Negativpol hin. Und jetzt kommt das Ganze hier rein. Und jetzt habe ich einen Dimmer. Ich da drauf drücke, schalte ich ein und kann jetzt an dem Drehrädchen hier die ganze Helligkeit verstellen. Das ist, wie wir finden, ein sehr wichtiges Zubehörteil. Jetzt kommen wir aber zu einer Sache, die für den Jäger immer sehr wichtig ist. Aus dem Geräusch. Der normale Schalter. Ganz, ganz leicht. Also ganz leise. Leiser als die meisten Taschenlampen. Der Dimmer. Ist etwas lauter. Ich sage mal, wenn ich das zwischen den Fingern habe und hier vielleicht sogar am Körper halte, an der Jacke halte, dann hört man davon eigentlich nichts mehr. Das wäre, sagen wir, das Einzige, was man da vielleicht kritisieren würde. Auf der anderen Seite braucht man auch so ein bisschen ein Feedback, ist es jetzt an oder ist es dicht an. Denn, vielleicht ein kleiner Tipp, man muss es ungefähr eine halbe Sekunde gedrückt haben. Also nicht einfach bloß drücken und dann ist es an oder aus, sondern kurz drücken und warten, dann schaltet er sich ein. Hier haben wir jetzt den Dimmer. Ich drücke den. Ich drücke ihn kurz, passiert nichts. Drücken länger, geht er aus. Also 21, ja, knapp eine Sekunde eingeschaltet. Und jetzt kann ich den Strahl dimmen und hier dementsprechend meine Leuchtstärke einstellen. Das ist auch nochmal so eine kleine Funktion, dass man nicht aus Versehen durch ganz leichtes kurzes Draufdrücken das Ganze ein- oder ausschaltet. Damit man den Dimmer nicht aus Versehen einschaltet, weil man nämlich nicht sieht, ob der jetzt ein- oder ausgeschaltet ist, gibt es hier eine Schutzkappe bei dem Dimmer. Natürlich keine Angst, also ihr werdet im Wald nicht diesen schönen Laserstrahl sehen. Den sehen wir nur hier, weil ich hier Nebel gesetzt habe. Wenn wir jetzt gerade bei Zubehör sind, dann müssen wir uns natürlich auch mal Gedanken machen, wie man so etwas montieren kann. Ich könnte zum Beispiel an dieses Gerät den Strahler montieren, solange ich das Gerät nicht auf einer Waffe habe. Oder an dem Gerät auch nur eine Halterung für eine Waffe habe. Die ist gar nicht dran. Das ist eine Montage für einen Einsatzhelm. Also ist keine Waffenmontage dran. Ich könnte also diesen Strahler, wenn ich jetzt hier zum Beispiel eine Picardini-Schiene hätte, da dran bauen. Und dafür gibt es sogenannte Brackets, also Aufnahmen. Da gibt es einmal die Zweier und die Dreier. Der Unterschied ist einfach der Durchmesser. Und wenn man sich das genau anguckt, sieht man das auch. Die Zweier ist für den Durchmesser hier hinten. Das heißt, ich kann sie so montieren. Und die Dreier für den Durchmesser hier vorne. Das ist ein Zoll-Durchmesser. Das heißt also, wenn ich lieber die Montage hier vorne hätte, dann nehme ich die Dreier, ansonsten die Zweier. Das Besondere zur Montage, da komme ich gleich noch dazu. Es gibt auch nochmal von der Zweier eine Schnellmontage. Da kann ich dann einfach durch Umlegen von diesem Hebel die Montage schneller abbauen. Aber das Besondere liegt eigentlich hier drinnen. Denn hier drinnen habe ich so eine leicht bewegliche, wie so zwei Halbschalen. Und damit kann ich den Laser ein bisschen ausrichten. Das ist dann wichtig, wenn ich jetzt mein Beobachtungsgerät habe, habe das hier montiert, dann läuft meine optische Achse vom Gerät in eine Richtung. Und wenn der Laser jetzt parallel dazu angebracht wäre, dann würde ich immer an meinem Ziel vorbeileuchten. Das kann ich hier mit einstellen, indem ich hier in dieser Bracket, also in dieser Aufnahme, meinen Laser dementsprechend ausrichte. Eine ganz coole Geschichte. Auch die Sachen kommen direkt von LaserLux. Der LR850 50 Pro 2 kommt hier in diesem schicken Metallkästchen mit gleich zwei Batterien. Wunderbar. Eine brauche ich hierfür. Eine habe ich als Reserve dabei. Diese Schutzkappe. Damit kann ich sofort loslegen. Vielleicht noch ein Wort zur Wellenlänge und zur Wildsicherheit. Wie der Name schon sagt, 850 Nanometer ist die Wellenlänge von diesem Laser-IR-Aufheller. 850 ist so an der Grenze. Der Mensch nimmt es vielleicht nur als kleines rotes Glimmen wahr. Die meisten Tiere, Schwarzwild, Rehwild, werden es wahrscheinlich auch nicht sehen oder relativ sicher nicht sehen. Wenn man wirklich 100% wildsicher sein möchte bis hin zum Rotwild, dann muss man etwas höher gehen. 905, 980 Nanometer, dann sind wir 100% wildsicher. Die Frage stellt sich aber dann auch, welche Art von Restlichtverstärker benutze ich. Habe ich eine Röhre wie hier bei dieser Geschichte, Gen 2, Gen 3, also Generation 2, Generation 3, vielleicht ein älteres russisches Generation 2, dann sollte ich auf jeden Fall den 850er nehmen, weil nämlich der 980er in dem gar nicht gesehen werden kann. Habe ich ein digitales Nachtsichtgerät, dann kann ich auch ein Laser mit einer höheren Wellenlänge nehmen. Auf der anderen Seite muss man natürlich fragen, wozu brauche ich für Rotwild einen Restlichtverstärker? Das geht jetzt zu weit, brauchen wir auch gar nicht auszudiskutieren. Zur Wildsicherheit vielleicht noch ein Punkt. Es ist gar nicht mal unbedingt immer die Wellenlänge, weil wir arbeiten in einem Bereich, der im Grenzbereich der Wahrnehmung liegt. Die Wahrnehmung hängt aber auch davon ab, wie dieser Lichtstrahl auf das Stück trifft. Sehen wir mal, es leuchtet einer in unsere Richtung mit einer Taschenlampe. Dann fällt uns das nicht unbedingt auf. Natürlich nachts schon, aber es würde einem nicht unbedingt auffallen. Wenn ihr uns aber direkt in die Augen leuchtet, dann sehen wir es. Das gleiche kann man sich vorstellen, wenn ich mit der Lampe in die Lichter leuchte, schönes Wortspiel, also in die Augen leuchtet von dem Wild, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Wild mich mitbekommt, größer, als wenn ich vorsichtig über den Körper streiche. Das Besondere ist hier auch, dass ich durch den Laserstrahl einen sehr abgegrenzten Bereich habe. Ich habe nicht so einen Spill, so einen diffusen Bereich an der Seite wie bei einer Taschenlampe. Das sind die großen Vorteile von dem Laser. Zusammengefasst kann man sagen, der LA85050 Pro 2 ist eins der Top-Geräte und von der Anwendungsmöglichkeit als Aufheller im ER-Bereich Spitzengerät. In Deutschland produziert, eine Top-Marke, für mich ganz wichtig, er ist augensicher, hat genügend Leistung mit 50 mW, dass ich sogar auf mehrere hundert Meter etwas anleuchten oder ausleuchten kann. Ich habe die Möglichkeit, meinen Strahl zu fokussieren oder halt eben auch weit zu machen, über ein Zubehör, also auch noch dimmbar zu machen, stufenlos einzustellen. Ich habe verschiedene Montagemöglichkeiten, wo auch immer ich das montieren möchte. Im Ausland vielleicht sogar auf der Waffe oder an einem Restlichtverstärker. Rundum ein sehr gutes Produkt. Absolut zu empfehlen, gerade mit 850 für alle Arten von Restlichtverstärker, ob Röhre oder digital einsetzbar. Ihr bekommt die Sachen von Laserlux bei Laserlux selber. Link ist unten eingeblendet. Habt ihr noch Fragen dazu? In die Kommentare. Hat es euch gefallen? Lasst ein Like da, vielleicht sogar ein Abo und die Glocke, falls ihr über weitere Videos informiert werden wollt. Denn wir werden auch nochmal den 905 vorstellen. Und der ist von der Range so zwischen dem 850er und dem 980er, ist also etwas wildsicherer, ist also etwas wildsicherer als der 850. Aber nicht so eingeschränkt von der Nutzung wie der 980. Der bei den Röhren so gut wie fast gar nicht mehr zu sehen ist. Also bleibt dran. Passt auf euch auf. Bleibt sauber. Weidmannsheil. Euer Stefan. Weidmannsheil. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020